Aufgepasst, DuckTales-Fans! Jetzt kommt das DuckTales-Wissen zum Weitersagen, Teil 2! Wisst ihr, wer Gin, Can und Cem sind? Sind das A, die drei Panzerknacker? Oder B, Tick, Trick und Drack? Mal sehen, es sind... Tick, Drack, der Dritte! Auf Türkisch heißen unsere Lieblingsdrillinge tatsächlich Gin, Can und Cem. Übrigens, auf Englisch sind ihre Namen Huey, Dewey und Louie. Ganz schön verwirrend, oder? Ja! Wer ist denn das? Wisst ihr, wer oder was Kalle Anker ist? Ist es A, der Name von Donals Hausboot? Oder B, Donald Duck selbst? Wir kennen ihn besser als... Donald Duck! Kalle Anker heißt unser Lieblingstollpatsch auf Schwedisch. Und sein Hausboot wird so schnell nirgends mehr Anker setzen. Hab ich's gut gemacht? Der große Entenhausentag. Samstag im Disney Channel.